Hallo liebe Blenderer und herzlich willkommen zu diesem Feature-Video. Blender 2.9 ist draußen, ihr könnt es jetzt downloaden auf der ganz normal offiziellen Seite und einige wichtige und coole neue Funktionen möchte ich euch in diesem Video zeigen. Bei den Modifyern hat sich einiges geändert. Wir sehen jetzt hier, dass das ganze etwas anders angeordnet ist, alles übersichtlicher und wir haben hier Unterreiter, in die wir dann rein klicken müssen und dort weitere Informationen zu dem jeweiligen Thema sehen. Modifier können jetzt hin und her geschoben werden, das heißt ich kann hier einfach an der Seite angreifen und das ganze dann hinbewegen, wo ich es hin haben möchte und dadurch zum Beispiel hier jetzt diesen einen Bevel auflösen und wenn ich das ganze wieder nach oben bewege, dann hat er wieder sein Bevel drauf. Außerdem könnt ihr jetzt verschiedene Tastenkombinationen verwenden. Mit Ctrl A, wenn ihr über den Mauszeiger über den Modifier seid, könnt ihr beispielsweise den Modifier Apply. Die bisherige Apply-Funktion gibt es jetzt hier nicht mehr als Button, sondern ist hier in diesem Menü versteckt. Wir sehen auch hier, Ctrl A wurde hinzugefügt als Funktion, gleiches gilt für Duplicate. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel über den Bevel-Modifier Shift und D drücke, dann wird er dupliziert. Jetzt möchte ich den aber wieder loswerden und bleibe hier einfach mit der Maus drüber und kann die Taste X drücken und dann ist er wieder gelöscht. Außerdem gibt es die neue Extrude-Funktion Extrude Manifold. Mit dieser Funktion kann ich eine Fläche auswählen und kann sie ganz einfach erweitern, ohne dass eine weitere Schnittkante entsteht. Besonders wird das ganze interessant, wenn ich hier noch ein paar Cuts rein mache und wenn ich das jetzt hier extrudiere, dann entstehen mir normalerweise immer diese Flächen, die man dann händisch eben weg machen muss und mit der neuen Funktion drücke ich das hier einfach runter und alles passiert quasi vollautomatisch. Gleiches kann ich hier auch machen und wir sehen auch, dass hier die Schnittkante sofort weggenommen wird. Gleiches hier unten auf der Fläche und das gibt für das Modellieren völlig neue Möglichkeiten. Ist am Anfang allerdings noch etwas ungewohnt. Außerdem hat sich die Bevel-Funktion erweitert. Das heißt, wenn ich hier einfach mein Bevel mache, dann habe ich hier in dem Optionsmenü, das ihr natürlich wie immer einfach aufklappen könnt, eine Custom-Funktion wie vorher auch. Nur kann ich jetzt hier auf Basier-Curve umstellen und habe jetzt hier kleine Händler, die ich entsprechend bewegen kann. Und das Bevel-Profil passt sich dementsprechend an. Natürlich nur, wenn die Segmente dementsprechend hochgestellt sind und damit kann man sehr individuelle Formen gestalten. Auch beim UV-Editing hat sich einiges getan. Ich habe jetzt hier ein Objekt, was abgewickelt ist. Wir sehen das, wenn wir alles auswählen, sehen wir hier die Abwicklung. Und wenn ich jetzt hier oben bei Option hingehe, kann ich hier Correct Face Attributes anklicken. Wenn ich jetzt das Ganze extrudiere, dann wird die Textur im oberen Bereich, da dieser Teil schon abgewickelt wurde, in Relation dazu korrekt weiter abgewickelt. Das heißt, die Textur geht nachher einfach gerade weiter. Hier gibt es jetzt natürlich eine Strichbildung, weil dieses Face vorher noch nicht existiert hat. Aber wenn ich das hier drüben mal mache, kann ich hier die Wand ganz einfach erweitern. Und die Textur geht einfach weiter, so wie es sein soll. Gleiches geht jetzt auch, wenn ich hier mal extrudiere. Allerdings hat das Ganze seine Grenzen. Hier zum Beispiel haben wir wieder eine Strichbildung. Aber trotzdem, wenn ich jetzt einfach hier das Ganze erweitern möchte, dann funktioniert das jetzt absolut problemlos. Und hier hat er sogar die Verzerrung mit ausgleichen müssen. Und das hat super funktioniert. Ist auf jeden Fall ein tolles Feature und wird einiges beim Texturieren erleichtern. Was außerdem neu ist, ist die neue Sky Textur. Hier bei den Welteinstellungen können wir bei den Color einstellen eine Sky Textur und haben jetzt hier die Option Nishita. Und dann wird eine Sonne hinzugefügt mit Himmel. Und wir können die Werte individuell verstellen. Ich kann zum Beispiel die Sonnenrotation verstellen. Ich kann sagen, wie weit sie schon aufgegangen ist. Außerdem kann die Größe verstellt werden und die Intensität. Die Intensität spielt auch zusammen mit der Strength hier unten, mit der Stärke. Das heißt, wir sehen die ist jetzt nur auf 0,8 gestellt. Also relativ gering. Aber die Intensität macht das Ganze nachher wesentlich stärker. Also da unbedingt aufpassen. Ich kann außerdem die Werte der Luft verstellen. Das heißt, die Dichte der Luft, die Dichte vom Staub und vom Ozon. Wenn ich jetzt hier mal die Luft drauf drehe, dann sehen wir, wie sich das Ganze verändert. Und das kann halt die Kolorierung der ganzen Szene beeinflussen. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Feature, weil man jetzt nicht mehr unbedingt eine große HDRI-Map braucht, sondern mit der Sonne ziemlich gut arbeiten kann und die eine sehr schöne Beleuchtung macht. Das war's zu den wichtigen Neuerungen. Habt ihr Blender 2.9 schon runtergeladen oder benutzt ihr es schon länger? Welches Feature gefällt euch davon am meisten? Schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.